Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Infected. Ja, die Woche hat uns wieder. Ich bin nach Haus gelaufen. Da hinten steht Wolfiwagen. Ja, wir legen uns mal hin. So, gut, es ist Tag 9. Wir sollten langsam... Ja, ja, verdorsten werden wir schon nicht. Wir sollten langsam uns vorbereiten auf die Horde. Horde. So, ja, hab ich Sachen hier. So, die werden wir gleich mal verborsten. So, dann machen wir mal den und schauen, dass wir ein Bündel zusammen bekommen. Ein Bündel. So, dann haben wir noch den. Bäm, wir haben den. Bäm, wir haben den. Bäm, so. Äh, den werfen wir weg. Den da. Ich lege das alles mal da rein. Äh, ich habe immer wieder das Gefühl, wir haben zu viel im Inventar. Oh, da ist gar nicht zu viel drin. Ein Stein, ein Stein. Es ist ein Stein. So, ähm, bezüglich dieses Wagens hier, da ist das ganze Zeug noch drinnen. Ich lasse es jetzt auch drinnen. Oh, drei Kevlar. Drei Kevlar. Was brauchen wir für den Helm? Weil der wäre echt, der würde radikal alles verändern. Und dann sechs Kevlar. Hm, sechs Kevlar. Dede, 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 dede. Das gibt's nicht. Zwei. Das gibt's nicht. Nein. Okay. So. Äh, dann machen wir da mal Feuer. Ja, warum weil es sein muss. So, äh, die legen wir da auf. Wie sieht's denn hier aus? Wir haben, okay, die Spitzhacke fehlt. Die stecken wir uns gleich ein. Spitzhacke, Spitzhacke, ja. Auch noch ein Waffenrack. Ja, ja, machen wir da noch. So. Ah, wir sind wieder zu Hause. Wir sind wieder zu Hause. Die Woche hat uns wieder. Tag 9 macht mich jetzt etwas nervös. Aber die erste Horde ist ja nicht so schrecklich. So, was ich heute auf jeden Fall machen will. Ich will Extractor in Höhle. So will ich das. So, und das werden wir auch gemeinsam machen. Auch wenn wir nichts sehen in der Höhle. So. Gibt's noch einen kleinen Baum hier in der Nähe, den ich mitnehmen kann? Dankeschön. Dede, 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 dede. So. Super. Und schon scheint die Sonne wieder. Es ist gleich freundlicher zu Hause. Da muss nur eine Säule her, sonst haben wir da so ein Schwebegebäude. Architektonisch wertvoll. So, da legen wir das, das, das. Und dann würde ich sagen, machen wir hier eine Säule. So, die ist zwar nicht zwingend erforderlich, fände ich aber gut, wenn sie da wäre. So, 1, 2, 3. Dann haben wir da 1, 2, 3. Und 1, 2. Dann machen wir hier nämlich auch noch eine Säule, wobei da wird keiner mehr herpassen. Dann kommt die da her. Och, Wolfi. Kannst vergessen. Wolfi, der Güteste. Der Bär. So, und jetzt schauen wir mal. Hä? Nö, nicht so. So. Widerlich. Okay. So, was haben wir da alles in dem Moment? Da ganz, ganz viel Fleisch wahrscheinlich. Da hängen wir mal ein wenig auf. Wow. Ein wenig ist gut. Wir haben ja die Herd... Ach so, ja. Leber geht nicht. Wir haben ja die Herdtechnologie begonnen. Leider haben wir weder die verbesserte Workbench, noch hätte ich gerne gehabt, die... Den muss ich auch mal mitnehmen. So. Den Webstuhl. Weil dann hätten wir endlich mal Richtung größerer Rucksack gehen können. Naja. Aber wir waren schon in drei Dörfern. Das zumindest ist gut. So. Da ist kein Platz mehr. So. Den brauchen wir noch. Da hinten. Und wir packen da das Fleisch rein. Mit der Leber. Mit der Leber. Haben wir da noch irgendwie... Das sollte man ähnlich alles? Wir machen hier mal. Sowas fehlt da noch. Nicht mehr viel. Viel Nägel. Schrauben. 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 Das raus. Das werfen wir da rein. Das kommt da rein. Das kommt da rein. Und dann kommt noch ein Stein hinein. Da, 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 da. Da, 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 da. So. Schrauben. Jetzt schauen wir mal in Wolfi. Wo wir Schrauben haben. Aber ich glaube, wir haben irgendwo hier Schrauben. Oder nicht richtig hier Schrauben. Wir sollten das alles... Alles, 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 alles sollten wir da haben. Ach, die sind alle voll. Die sind alle voll. Gut. Wir werden das verhäzen. Okay. Wo sind denn jetzt die Nägel? Wo haben wir die Nägel? Oh mein Gott. So, acht Nägel brauchen wir noch. Nägel. Das ist auch heftig mit dem Regen. So, Regen erinnert mich natürlich. So, super. Na ja, wunderbar. So, dann laufen wir an. Und Wolfi steht auch etwas im Weg. Zusätzlich. Mal den da. Viel besser. Viel, viel besser. So. Zweimal noch. Super. So, der kommt hier her. Gut. Dann haben wir den. Und gleich ist voll. Und gut ist es. So, leeren. Ja, wir brauchen irgendwas zum Anzünden. Nehmen wir mal wieder die Borke. So, Borke. Nö. Hier, Borke. Das da. Super. Super. So. Da ist alles durch. Das nehmen wir mal raus. Das kommt rein. Rein, 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 rein. Rein. Verdammt. Verdammt. So, die zwei auf jeden Fall. Da wollte ich Stahl machen damit. Nein. Ja. Ja. Och. Kopfer. Wie cool. Werfen wir da gleich ein. So. Da will ich Stahl machen. Eins, zwei. Bäm. Eins, zwei. Bäm. Yeah. So. Den will ich auch versetzen hier. Da habe ich das Gefühl, da laufe ich immer dagegen. So. Und zwei Steinchen packen wir rein. So. Super. Er hier. Kommt. Ich weiß nicht. Er hier. Super. So. Ich werfe mal kurz ab. Die Spitzhacke. Da fühle ich mich den Hammer von da hinten endlich raus. Und werfe ich hier am Boden. So. Jetzt wieder Spitzhacke. Und jetzt passt es auch immer bis auf den Schwier. Den nehmen wir da gleich mit. Wobei der hält nicht mehr viel aus. Genau. Vielleicht noch ein, zwei Stöße und dann ist gut. So. Da ist gleich durch. Was braucht er jetzt? Nur noch ein paar Schäubchen. So. Meischel kommen da rein. Dann haben wir hier ein bisschen von dem da. Gut ist es. Ja. So. Und da hinten. Okay. Die extrahieren wunderbar herrliche Steine. Das ist gut. Dann brauchen wir noch einen. Hier der Lehmextraktor. Der wird auch in Ordnung sein. Aber erst später. So. Wir schauen mal da rein. Wir haben das hier. Das hier. Das hier. Das findet auch in jedem Fall. Ja. Wir räumen jetzt gemeinsam weg. Dann sehen wir alle. Was wir haben. Was wir haben. Nämlich da, da, da. Oh, Sex Elektrik. Das ist schon cool. Da freue ich mich schon. Ja? Ja, da freue ich mich. So. Dann haben wir natürlich Eisen. Welches wir hier reinwerfen. So. Wunderbar. Dann machen wir hier gleich Schraube draus. Bam. Und Schraube draus. Bam. So. Wunderbar. Dann kommt hier rein. Mach ich das. Stell dir um an. Super. Und dann legen wir den Lehmextraktor hier ab. Irgendwo. Ja. Lehmextraktor. Warum so weit weg? Gute Frage. Verdammt gute Frage. Aber wir können ihn auch da daneben stellen. Da daneben. Mh. 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 So. Super. Nächster Extraktor, den wir bauen, ist natürlich nicht allein. Sondern der nächste muss sein. Und eigentlich könnte ich das da zwischenlagern. Oh, das wäre ja fein. So. Der nächste muss sein, wie der normale Extraktor. Den wir dann in die Hölle bringen. Oder wir nehmen einen der bestehenden Extraktoren. Was natürlich auch geht. Komm, wir planen einen neuen. Ich glaube, da fühlen wir uns alle wohler. Einfach mit einem neuen Extraktor in die Höhle. Das wird gut. So. Apropos wird gut. Wir müssen trinken. Wir müssen trinken. Trinken. Wir sollten noch mal trinken. So. so und jetzt brauchen wir noch eisenbahnen da haben wir keine eisenbahnen mehr so was haben wir hier das sind noch zwei eisenbahnen wunderbar und da haben wir keine eisenbahnen ein alu könnte man hier schmelzen wunderbar jetzt schauen wir wieder da rein so die samen kommen nach oben tierfett jetzt nehmen wir alles mal raus hier knochen ebenfalls und hier samen hier die sachen dosen die dosen kommen nach oben aber nur schlichten überhaupt platz in der dose oben wir werden das nicht sehen so irgendwas ablegen ja zink noch zehn knochen jetzt geht es vom gewicht her wieder besser so haben wir dafür was rein ich ja natürlich auch so für ihr für hier da kommt das warum auch immer wieder das hier sammeln irgendwie das gehört da gar nicht ein aber dass da so samen nach oben das leder interessant okay so tierfett nicht das auch nicht so jetzt passt das kommt nach unten aber irgendwo war da eine kiste genau hier federn sind auch federn das da rein also auch schon fett drin da können wir das dazu legen so ist gleich trocken ist gleich trocken super so raus mit euch und rein mit euch sehr schön finde ich gut da ein paar ein so eher hier wird jetzt da abgestellt dann später stehen wir an die säulen jeweils einen so während wir hier stehen würde ich sagen fühlen wir noch einmal unseren wagen an die rede damit man mehr kurz bekommen da ist ein und keine angst am ende der folge haben wir einen extraktor in der ersten öle wunderbar so kleiner baum hier ist ein kleiner baum sehr schön so dann mit uns auf nach oben vorher noch mal kurz den ofen checken wenn wir schon kurz nach oben gehen ganz schlecht ganz schlecht sehr gut so sehr gut mit ihm hier nach oben so dann machen wir mal hier rein hier rein und schon haben wir alles aufgepasst oh fast so mit dem fahren wir wieder da könnte man jetzt unten abstellen hier zum beispiel so den tisch möchte ich jetzt etwas mehr an die wand stellen aber draußen jetzt haben wir hier ein paar brettchen da ist alles drin ok wunderbar wir haben eine türen ist nichts kann man auch mehr brettchen noch mehr brettchen wunderbar da sind vier drin da sind vier drin vier drin ok kein brettchen mehr gut da ist alles drin da ist alles drin da finden nur die brettchen nachher wunderbar wir nähern uns einem zugemachten hütchen rechtzeitig für den winter natürlich so ach so da sind alle drin da sind alle drin da sind alle drin wunderbar so schnell noch umschlichten nach hinten räumen wir brauchen brettchen dann holen wir uns doch noch holz holen wir uns doch noch holz eine ladung geht noch da 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 so und ja ja würde ich mal ganz frech behaupten und komm jetzt komm so na weil wir schon da sind könnte man eigentlich den stunden da auch weg machen ich glaube das wäre gut so jetzt volle so neue brettchen sind da also besser gesagt die hölzer öh machen wir mal den hier oh da müssen wir schon wieder nachfinden die kiste ist leer so da kommen die zwei rein dann haben wir da hinten brennhold super das und das rein so was war hier nur eine reisenbahn das ist gut wir nehmen die kiste und füllen hier mal steinchen einchen sehr schön sehr sehr schön so und er hier ebenfalls alles nehmen ja super wird die kiste voll naja vielleicht nicht ganz so aber immerhin immerhin so so jetzt haben wir wieder ein bisschen ein bisschen in der kurve so können wir sie auch machen so ja da ist alles gut oh oh gorke gorke da kann ich nicht anders die muss ich haben so jetzt geht's aber so so meine lieben also bald ist horde wir planen wie wir das dann zu machen können hier mit den spitzen für die erste horde das wird nicht so schrecklich werden also die erste horde ist ja keine katastrophe so mit den dreien hoffe ich zumindest ich hoffe es halt so fangen wir dann nach unten jetzt kommen sie alle raus hier so chicken is on the run könnte man auch töten aber muss ich jetzt nicht so nö so die packen wir wieder da rein schon bald ist das voll es ist voll yeah das ist toll wenn der fertig ist rüber gebracht zur Höhle aufgedreht und bam so trinken auffüllen essen essen yeah geht super das machen wir auch gleich damit es weg kommt so was haben wir da noch drin im wolfie oh so viel so viel so viel so viel du 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 hmm wir könnten natürlich Moment so das immer wieder machen Holz vielleicht komme ich wieder morgen oder so dazu dass ich zwischen den folgen wieder ein wenig Holz hacke ich glaube das könnte sich gut ausgehen so dann werden wir da ein paar Holzständer noch aufstellen weil wir bauen ausschließlich gemeinsam alles was gebaut wird wird ausschließlich gemeinsam gemacht wir machen das wie in der anderen Staffel auch so ausschließlich gemeinsam das haben wir gemeinsam gebaut geschaffen erzeugt hergestellt und so weiter so dann bauen wir ein paar Ständerchen auf ups ja das kann man auch machen ansonsten kann man da natürlich die Ständer schön langsam auch auffüllen so also wir brauchen heute Ständer die brauchen wir gar nicht mehr das könnte man auch hier herstellen das könnte man auch hier herstellen so jetzt testen so ich glaube das ist gut so da das sind zu wenig das sind zu wenig so platzierbar Lager Holzscheidsständer schade ich dachte mir das wäre witzig wenn wir die so unter Dach lagern das muss natürlich nicht sein aber so machen wir den dritten und dann stellen wir da noch einen quer dazu so dann haben wir ihn hier ja fangen wir mal an hier mit der Ernte bevor wir da alles schön aufgebaut haben dann noch gleich den Ofen wieder befüllen so passt hier da die so hier super so das werfen wir da ein bevor es nicht mehr geht so das kommt da unten das kommt da unten das kommt da unten und geht schon wieder weiter so ein Stückchen ein Stückchen geht nicht mehr gut yeah so ein Stückchen ein Stückchen so wir schlagen wir da Ernte und Ernte so dann machen wir die zwei noch super so und das tragen wir rein wegen ach komm wegen dem einen zerlegen wir es halt wirst du halt ein Stückchen so rüber rüber yeah so denen geht es gut da können wir die reinlegen yeah ja so dann würde ich sagen wir müssen jetzt bald wir müssen jetzt bald beginnen damit wir es noch bis zum ende der folge schaffen ähm dass wir da Eisen reinwerfen hier in den da oh 16 waren das ist natürlich viel ist natürlich viel so wir bereiten das vor 1 2 3 hier 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 raus und alles wunderbar wieder rein so da können die natürlich wieder dazu so wir nehmen das raus nehmen wir hier zwei steinchen erstmal an den da sagen san sagen das sagen das herstellen so dann haben wir auch den Lehm im moment wieder mal verbraucht denn irgendwann werden wir natürlich einen zweiten Ofen brauchen deswegen ist das ja ganz gut so gut so so aber wieder hierher dann machen wir das draus so Lehm Erde wir packen es da mal rein einfach so zwei steinchen hier zwei steinchen er gibt Sand Sand und Lehm er gibt Siegel bam so da haben wir die Siegel fertig yeah super so da ist es auch gleich fertig da freue ich mich drüber was fehlt hier noch vier Brettchen fehlt sonst noch hier auch da fehlen auch vier Brettchen okay vier Brettchen acht Brettchen acht Brettchen sollte aber jetzt nicht so da sollte man locker hinkriegen so während da gesägt wird noch eine Wagenladung die Axt ist auch weit vorüber so wie der Speer im Übrigen dürfen wir nicht vergessen den Speer mit der Axt ich hoffe das reicht für den Baum hier noch und super aber aber wo aber wo das gibt es ja nicht das gibt es ja nicht ist ja keiner da interessant 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 gut so wir machen mal den da rein wir machen mal den da rein so alle hier raus hier dann nehmen wir den da raus da noch rein da haben wir noch eins zwei drei die können da noch rein rein so ein paar von denen das waren natürlich viel zu viele weil ich so aufs Hühnchen konzentriert war aufs Hühnchen so und mit den acht gehen wir nach oben damit wir da oben dicht und zu machen yeah und hier auch yeah so wir zeichnen hier auch gleich die Fensterchen an eins zwei drei Fensterchen und hier zeichnen wir eine Türe an später eine Glastür natürlich so da brauchen wir wieder acht Beidchen schon wieder wunderbar wunderbar so da passt jetzt alles so oh es wird es wird es wird es wird ja ja das Huhn irgendwann wird es mich wieder so nerven dass wir es einfach wieder töten einfach so so haben wir hier noch Wasser ja trinken ist voll lassen wir mal lassen wir mal lassen wir mal so ähm genau er fehlt noch sechs Stück das kriegen wir hin meine Lieben das kriegen wir hin das kriegen wir hin so und passt ja drei Stück kriegen wir in der Folge hin machen wir so wir nehmen wir nehmen die Kiste gehen wir mit der Kiste hierher schauen was wir noch lupen lupen ist gut gar nicht schlecht hier gar nicht schlecht so alles wieder runter das wieder rein so und jetzt brauchen wir auch gleich hier entweder den einen oder die beiden ab wir haben das jetzt wieder nachmittag aber wir kriegen das trotzdem hin mit dem extrakt der Höhe kriegen wir hin machen wir so so und super wir machen das vorerst mal nur mit dem einen ich bin so aufgeregt ich bin so aufgeregt so ist gleich durch sehr schön finde ich ausgezeichnet so die Taube lassen wir das mit dem Huhn lassen wir vorerst auch mal so wir könnten gleich ernten aber in ja Priorität eher jetzt auf den Eisen oh wie schade gut dann gehen wir so so wir brauchen ein Stückchen ein Steinchen bam 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 so da haben wir das dann haben wir das das Laser so 1 2 3 das ist alles was wir brauchen wir werfen zwar trotzdem Steinchen rein aber wir brauchen nur die 3 2 super 3 noch ein und fällig ist er das kriegt man heute hin das kriegt man wirklich hin so wir waren gerade dabei das machen wir wieder welche war es denn da oben der da oder ich glaube der war es so dass wir da keine angeschlagenen bäume haben komm 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 einmal noch ja so super so so ich hätte nämlich deswegen fahr ich dann mal nach oben ich hätte gerne das unten wieder Bäumchen wachsen die Ebene schaut sonst so leer aus super so und einen der bestehenden Extraktoren wollte ich nicht übersiedeln finde ich nicht zu gut so ist gleich ist gleich ist gleich das kommt da rein das kommt da rein ich freue mich ich freue mich so wir trinken mal hier außerdem bin ich aufgeregt dann haben wir im moment so wir brauchen alu hilft nichts jedes mal sage ich das aber wir brauchen alu wir brauchen viel alu 3 noch also ein ein alubeutchen haben wir ja das hat uns ja mal ein einer der guten wenn wir es mitgebracht als geschenk sozusagen aber das eine reicht natürlich nicht das reicht natürlich nicht naja holen wir noch einmal wasser das hat manchmal nicht so störrisches oder so nochmal hier leeren ja das können wir nachher anzügen machen wir das so hier beim feuer so wir haben hier jetzt geht's los 1 2 3 hier da machen wir mal das so da einer teil hier kommen rein da kommen noch einer rein da kommen noch eine rein ähm da haben wir noch irgendwo irgend und komm wir machen neu 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 dann haben wir hier 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Da ist auch ein Huhn, überall Hühner, überall sind diese verdammten Hühner, so. Wollen wir kurz absetzen, weil die Ausdauer sowieso weg ist. So, man muss auf zur Hühle. Oh, war ganz kurz davor, es war knapp davor, so. Und wenn wir die jetzt einfach hier herstellen und vier Minuten laufen lassen... Och, man sieht ja nichts in dieser verdammten Hühne. So, währenddessen können wir uns ein bisschen Bommel holen. Bommel! So, also ich bin sicher, ich kann diese Tochter wieder ein wenig mehr vorbereiten. Komme ich dazu, bin ich mir relativ sicher. Sehr schön. Ich glaube, das ist jetzt besser auch mit diesem, es glitscht nicht mehr so raus. Ist besser geworden. Also in den Felsen hinein. Ach, ich freue mich so, wenn wir einen Helm haben. Hm. Was sind die Skorpione? Auch ganz schlecht im Moment. Widerlich ist das. Dahinten ist auch noch cool. Also unangenehm. Überaus unangenehm. So, dann gewinnen wir hier zumindest mal Kohle während wir warten. Ich möchte nämlich schauen, was im Extraktor dann drin liegt. Oh, Kohle. Ist das Kohle oder... So. Gleich haben wir es. Danke. Und das große da. Das ist sehr groß. Vielleicht sollte man das gar nicht so wild abbauen. Oder das und das wegwerfen. Ist gut. Super. So. Essen. 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 So. Jetzt sind wir hier. Noch nicht. Zwei Minuten noch. Super. Genau auf dich habe ich gewartet. Der Speer ist weg. Ich habe nur eine Axt. Was soll ich tun? Ich habe nur eine Axt. Ach, komm doch wieder. Ach, Mädel. Ach. Ach, Schrauben. Ach. 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 ich das kämpfen gleich mehr aus so wir brauchen also wir haben keine platzierbar so säge dich für jede höhle ins säge tisch so kleiner baum hier so was aber das braucht man nicht bestätigen das brauchen wir schon das werden wir gleich mal umwandeln hier beim herstellen ja so dann brauchen wir hier noch mal bretchen wir brauchen noch einen kleinen baum super so einer wird zerlegt ich brauche ok so platzierbar kiste bestimmen da in die ecke als besser so kohle 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 das mit den schrauben freut mich ja so immer vielleicht auch nicht aber so kohle 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 wunderbar kohle kohle so das kommt rein das kommt das das na wirf es rein 1 2 3 4 5 so wegwerfen wegwerfen super so die können wir eigentlich mit dem auch in die kiste für später so und jetzt schauen wir rein weil jetzt müsste schon was passiert sein ja kopfererz das gute alte kopfererz super freue ich mich drüber laufen soll so dann haben wir in dieser dann haben wir in dieser höhle das kopfer gefunden wir haben wieder mal blei in der tasche großartige sache finde ich gut und wir sind auch schon am ende noch nicht ganz noch nicht ganz endlich am kopfer das eröffnet ja ganz neue möglichkeiten mit kopfer und so so ändert aber nichts weil hier muss man trotzdem zu machen wollen wir das noch in dieser folge machen nö doch super so dann haben wir hier blei blei da 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 das wir von da rein so dann würde ich sagen wir bauen uns jetzt ganz schnell noch platzierbar larger kisten weil irgendwie ist das ziemlich nervig nervig dass wir ständig lagerprobleme haben so ein richtiges lager wenn man natürlich auch noch aufbauen so wir bauen uns drei kisten hier ja sehr schön wunderbar und wunderbar und eigentlich ist auch noch brettchen hier so die brettchen kann man da einlegen da einlegen da einlegen sehr schön sehr sehr schön da ist alles da dann haben wir hier packen wir mal die kohle rein so kohle 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 이유 da will ich gemeinsam sortieren wie üblich damit alle wissen was man so und dann meine lieben würde ich sagen das war's auch für die heutige folge ich bedanke nicht fürs dabei sein Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Genau, wir sind ja wieder auf 10.15 Uhr jeden Tag Freue ich mich schon drauf Und bis zum nächsten Mal Tschüss